Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich auf die Dramentheorie eingehen. Ich hatte Dramen selbst im Deutsch-Leistungskurs und jetzt im Studium behandle ich Dramen regelmäßig. Das Drama hat in seinem Aufbau mehrere Aspekte inne, die für eine Analyse sehr wichtig sein können. Und analysiert man in einer Szenenanalyse ein Drama, sei es Komödie oder Tragödie, muss die Szene in den Konstext eingeordnet werden können. Das heißt, der Aufbau des Stücks muss gekannt werden und die Stellung der Szene innerhalb der Handlung muss danach beurteilt werden können. Es gab in der Literaturgeschichte mehrere berühmte Personen, die eine Abhandlung dazu verfasst haben oder anderweitig dazu Stellung bezogen haben. Gotthold Ephraim Lassink hat das zum Beispiel durch einen Briefwechsel getan. Und im Folgenden möchte ich die verschiedenen Abhandlungen zum Drama kurz erläutern und dann in einem anderen Video noch in einem Textbeispiel darauf eingehen. Zunächst, was ist überhaupt ein Drama? Wie könnten wir diesen Begriff zunächst definieren? Es handelt sich um einen Text mit bestimmten Figuren. Einen Erzähler gibt es natürlich nicht. Das grenzt das Drama von der Erzähltheorie dann ab. Stattdessen gibt es Nebentexte und weitere Bestimmungen, die sich unter dem Begriff Peritexte zusammenfassen lassen. Das sind alle Texte und Informationen, die nicht unmittelbar zur Bühnenhandlung gehören, zum Beispiel die Regiebemerkungen. Dieser Text bildet dann die Grundlage für einen Bühnenraum und die anschließende Aufführung des Stücks. Das Drama hat mehrere Untergattungen, die ja eigentlich allgemein bekannt sind, die Tragödie und die Komödie. Die Komödie ist ein Drama mit heiterem Ton und gutem Ende für den Helden oder die Heldin, konzipiert mit übertriebener Darstellung von Schwächen zur Belustigung der Zuschauer. Das Publikum belächelte und guckte auf die Figuren herab oder fühlten sich zugehörig, weil sie sich in ihnen wiedererkannten. Die Figuren stammen nämlich aus der bürgerlichen Beschicht. Die Tragödie stellt hingegen die Oberschicht, also den Adel dar. Für die Definition muss später noch Aristoteles angeführt werden. Die Handlung ist geprägt vom tragischen Helden, der in einen Konflikt gerät. Sein Scheitern ist also vorbestimmt. In der Aufklärung entwickelt sich durch Lessing eine neue Form. Das bürgerliche Trauerspiel. Hier ist entscheidend, dass die nähere Bestimmung bürgerlich nicht unmittelbar darauf bezogen werden darf, dass bürgerliche Figuren auftreten. Bürgerlich bedeutet in diesem Kontext nämlich, dass es sich um einen menschlichen, privaten oder häuslichen Konflikt handelt. Dieser kann auch im Adligenkreis vorkommen. Im bürgerlichen Trauerspiel muss demnach nicht zwingend Figuren aus dem Bürgertum vorkommen. Das ist also sehr wichtig, weil der Begriff bürgerliches Trauerspiel eben dazu verleitet, zu denken, dass es immer bürgerliche Figuren werden, was aber nicht der Fall ist. Ein Beleg dafür wäre zum Beispiel der Prinz in Emilia Galotti, ein Adliger, der eben besessen ist von Emilia und dann dadurch seine politischen Geschäfte vernachlässigt. Das Drama ist unterteilt in Akte, auch Aufzüge genannt. Sie bilden die größtmögliche Einheit eines Dramas und beinhalten die Szenen, auch Auftritte genannt. Die Rede ist also immer von dem jeweiligen Akt und der darin enthaltenen Szene, also zum Beispiel dritter Akt, zweite Szene. Wichtig ist, wenn man den Begriff Akt verwendet, muss man dementsprechend den Begriff Szene verwenden. Genauso gehören Aufzug und Auftritt zueinander. Ein Mischen ist dahingehend nicht schön anzusehen und dürfte Punkte in einer Klausur kosten. Am Anfang eines jeden Dramas werden die Figuren aufgelistet, samt ihrer Stellung, ihres Bezugs zur Hauptfigur oder eben mit ihrem Beruf. Hier steht auf der Folie noch ein Beispiel auf der Aufbau eines Dramas nach Gustav Freitag. Ihr seht, der erste Akt ist die Exposition. Dort herrscht die Einführung, Figuren werden vorgestellt, beziehungsweise auch Personenkonstellationen, Ort, Zeit und Handlung und ein Konflikt wird angedeutet. In der ansteigenden Handlung kommt es dann zu den ersten richtigen Intrigenteils, treten auch neue Figuren auf und die Handlung gerät eben in Schwung. Und im dritten Akt kommt es dann zum Höhepunkt der Handlung, teils mit Peripetie oder Anagnosis noch. Dort steht der Held vor der entscheidenden Herausforderung und die Wendung kann natürlich auch sehr entscheidend sein. Der vierte Akt beinhaltet das retardierende Moment, also das Moment der letzten Spannung. Dort passiert also nochmal etwas Wichtiges. Und soweit ich weiß, wird auch gerne aus diesem Akt eine Szene genommen, die dann analysiert werden soll. Gleichzeitig gibt es natürlich noch Hoffnung, wird der Held oder die Heldin womöglich noch gerettet. Und im fünften Akt kommt es zur Katastrophe oder eben auch zur Lösung. Das muss abgewogen werden. Ja, bei der Tragödie wird es aber meistens zum Untergang des Helden führen. Fangen wir mit den Kernthesen von Aristoteles an. Seine Konzeption eines Dramas stammt aus der Antike. Aristoteles hatte damals eine Abhandlung zur Tragödie, das ist wichtig, zur Tragödie verfasst. Die Komödie lässt er weitestgehend aus. Daneben seht ihr noch Opel, Scotchett und Lessing, die ebenfalls bedeutend für die Dramenkonzeption sind. Aristoteles ist, wie gesagt, maßgeblich für die Definition der Tragödie. In seinem Text Poetik hatte er dazu bestimmte Richtlinien verfasst. Die Tragödie ist für ihn, Zitat, die Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung bestimmter Größe in anziehend geformter Sprache. Diese Definition bezieht sich auf die Mimesis, das ist der Begriff für die Nachahmung und laut Aristoteles ein Grundbedürfnis der Menschen. Die Schilderung eines großen Leids mit einer schönen Form und einer schönen Sprache wird in seiner Abhandlung angesprochen. Rhythmus und Melodie spielen eine wichtige Rolle, um den Schrecken zu überwinden und ansprechend darzustellen. So viel erstmal grundsätzlich dazu. Die Form wird ebenfalls angesprochen. Es soll eine gewisse Handlungsstruktur herrschen, beziehungsweise eine ganze geschlossene Handlung soll dargestellt werden. Die Handlung besteht nach Aristoteles also aus einem Beginn, einem mittleren Teil und einem Ende. Das klingt erst einmal selbstverständlich, ist aber in der Dramenhistorie variiert worden. Die einzelnen Ereignisse stehen dabei in einem Kausalverhältnis. In der Handlung kann es zur Peripetie kommen, zu einer Wendung, zu einem Umschwung der Handlung. Ein glücklicher Verlauf kann zu einem unglücklichen Umschlagen. Wenn die Peripetie mit einem plötzlichen Erkenntnisgewinn zusammenfällt, spricht man von der Anagnorisis. Später wird von der Einheit der Handlung gesprochen. Darunter fällt auch die Konzeption für einen Tag, da die Tragödie innerhalb eines Tages aufgeführt werden sollte. 24 Stunden durften nicht überschritten werden, daher der Ausdruck Einheit der Zeit Ergänzt durch die Einheit des Ortes, also ein einziger Handlungsort. Der Held wird von Aristoteles als ein mittlerer Held bezeichnet. Er sollte weder ganz makellos noch komplett böse sein. Die Figuren sollten leiden, um beim Publikum Jammer und Schauder zu bewirken. Vor allem die Wirkungsabsicht wird im Verlauf der Literaturgeschichte noch oft diskutiert werden. Also bei Aristoteles ist es Jammer und Schauder, und bei den anderen werden wir das dann im Folgenden noch sehen. Machen wir nun einen mächtigen Sprung in das 17. Jahrhundert und schauen uns Martin Opitz' Abhandlung an. Im Barock entwickelte er sein Buch von der deutschen Poeterei, also 1624, und schaffte damit Grundlagen für eine volkssprachliche Dichtung und war gleichzeitig maßgeblich und bedeutend für die deutschsprachige Literatur im 17. Jahrhundert. Zum Beispiel Sibylla Schwarz hatte sich ganz maßgeblich an seiner Abhandlung gehalten und es gab Sprachgesellschaften, die sich getroffen haben und wirklich Dichtungen verfasst haben nach seinen Regeln. Also er hat da wirklich maßgeblich dazu beigetragen und sein übergeordnetes Ziel war es eben, dass die deutsche Dichtung sich an die europäische angleichen kann, also nachziehen in der Qualität, sag ich jetzt mal. Seine Poetik beschäftigt sich mit der Gattungsfrage, er befasst sich mit den verschiedenen Formen des Ausdrucks einer jeden Gattung und schafft somit eben eine Regelpoetik. Er weist mit seiner Schrift aus, was angemessen für die Dichtkunst sei, zum Beispiel benennt er den Alexandrina-Verst. Die Dichtungen sollten die Menschen beeinflussen, belehren, unterhalten und bilden. Die bedeutendste lyrische Form wurde das Donett. Die dichterische Sprache sollte sich zudem von der Alltagssprache abheben. Die Tragödie wurde zur höchsten Kunstform und wird zunehmend mit hochgestellten Persönlichkeiten verbunden, was erst durch das bürgerliche Trauerspiel im 18. Jahrhundert entkräftet werden wird. Zudem wurde im Barock die Dreistillehre verfolgt, die unterschiedliche Arten des Ausdrucks festlegt. Der niedere Stil dient zur Belehrung, der mittlere zur Unterhaltung und der hohe Stil zur Rührung. Die Wirkung sollte eine Tröstung des Publikums umfassen. Tugendhaftigkeit und Beständigkeit wurden eben demonstriert. Die Komödie spielt in der gesamten Abwandlung eine untergeordnete Rolle. Johann Christoph Gottschett entwickelte zu Beginn des 18. Jahrhunderts seine Regelpoetik, also gehörte er damals schon zur Strömung der Aufklärung. Er schaffte ebenfalls erlernbare Grundregeln für alle literarischen Gattungen. Sein Grundgedanke war der, eine sittlich-moralische Erziehung zu erzielen. Die Ständeklausel in Bezug auf Tragödie und Komödie blieb in seiner Regelpoetik zunächst bestehen. Er bleibt auch den drei Einheiten von Handlung, Ort und Zeit seinen Vorgängern treu, sowie in Bezug auf die Verskunst. Was sich allerdings in seiner Abhandlung unterscheidet, ist die These, dass alles naturgemäß konzipiert werden soll. Der Held muss nach nachvollziehbar und logischen Konzeptionen handeln. Alles, was konzipiert wurde, musste eben wahrscheinlich sein. Nur auf diese Weise konnte das Drama seiner Meinung nach die von ihm gewünschte Wirkung erzielen. In seiner Abhandlung wird auch die Komödie bedacht, die definiert und aufgewertet wird. Vor allem seine Ehefrau Luise Adelgunde Viktoria Gottschett hat dazu maßgeblich beigetragen. Gotthold Ephraim Lessing machte mit seiner Konzeption zum Drama in der Aufklärung einen gewaltigen Schritt nach vorn. Er schrieb nicht wie andere eine Abhandlung dazu, seine Konzeption ging aus Briefen hervor. Er schaffte mit seinem bürgerlichen Trauerspielraum für Trauer und Mitleid auch die Tränen einer Bauersfrau, die zunächst nur Objekt der Komödie waren oder die Tränen eines Vaters fanden dort Darstellung, was durchaus etwas Neues für diese Zeit war. Er nahm sich ein Beispiel an Diderot, der die Tränen einer Bauersfrau auf der Bühne zeigte. Der Ständeklausel wurde auf diese Weise entgegengewirkt. Zudem sollte das Publikum selbst Mitleid empfinden, was am besten funktionierte, wenn sie Figuren aus ihrem Umfeld auf der Bühne sahen. Auch die Sprache sollte nicht länger der Verskunst auf strenge Weise folgen. Sie sollte gehoben und gewählt sein, aber musste nicht länger Verssprache sein. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Lessings bürgerliches Trauerspiel Miss Sarah Samson, in dem ja auch der empfindsame Vater vorkommt, der zärtliche Vater auch teilweise genannt. Und damit hat er natürlich maßgeblich einen Fortschritt erzielt, was die Dramenkonzeption angeht. In einem weiteren Video möchte ich weiter auf das bürgerliches Trauerspiel mit einem Beispiel eingehen, nämlich Duval und Shamil. Es wurde 1778 publiziert und stammt von der Autorin Christiane Caroline Schläge. Und da gehen wir noch mal näher auf die Gattung ein. Was konzipiert sie vielleicht anders in Bezug auf Lessing. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte euch weiterhelfen in Bezug auf Klausuren vielleicht auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.